Hallo, liebe Fußballfreunde, dritter Spieltag von 2. Bundesliga. Kreuterfurt gegen Karlsruhe, mein Tipp ist 5 zu 6. HSV gegen Heidenheim, mein Tipp ist 4 zu 6. Badeborn gegen Hannovers, mein Tipp ist 3 zu 4, 4 zu 3. Roscoe gegen Amina Bielefeld, mein Tipp ist 3 zu 3. Sandhausen gegen Fortun Düsseldorf, mein Tipp ist 4 zu 6. Regensburg gegen SFC Nürnberg, mein Tipp ist 6 zu 3. SFC Magdeburg gegen Heusland Kiel, mein Tipp ist 2 zu 4. Eintracht Braunschweig gegen Darmstadt, 2 zu 5. RSFC Kaiserslautern gegen Sapauli, mein Tipp ist 1 zu 6. Was ist eigentlich euer Tippspiel? Was ist eigentlich euer Tipp? Schreibt bitte Kommentare, bitte. Mein Tipp von 2. Bundesliga, der Bälleplatz. Rang 1, SFC Heidenheim, Rang 2, SC Badeborn 97, Rang 3, SV Darmstadt 98, Rang 4, Sapauli, Rang 5, Holstein Kiel, Rang 6, Karlsruhe SC. Rang 7, Rang 7, RSFC Kaiserslautern, Rang 8, Jan Regensburg, Rang 9, Futuna Düsseldorf, Rang 10, Hannover 96, Rang 11, SFC Nürnberg. Rang 12, Eintracht Braunschweig, Rang 13, SV Sandhausen, Rang 14, Arminia Bielefeld, Rang 15, Hansa Roskog. Rang 16, SFC Magdeburg, Rang 17, Hamburgers V, Rang 18, Kräuterfurt. Viel Spaß von diesem Video von 2. Bundesliga-Tippspiel.